Mein Name ist Molly Blum. Sie kennen mich? Jeden Dienstagabend in dieser Suite. Mindest einsatz 250.000. Das wird eine Riesenwelle machen. Spielen wir. Die haben acht Jahre in Hollywood und zwei Jahre in New York die exklusivste und dekadenteste Männerhülle betrieben. Und die anderen Namen hier auf ihrer Anklage schrift? Klartext, wie weit reichen ihre Verbindungen zur Russenmafia? Du steckst da so tief drin. Die schulden dir inzwischen schon 2,8 Millionen. Irgendwann platzt die Bombe. Ich werde mich vor Gericht verantworten müssen. Niemand ist vollkommen. Wo sind die Leute, die sie schützen, weil sie nicht die ganze Geschichte erzählen? Ich werde mich vorsequ prioritär undoferniert diese Sachemansetzen müssen. live in der Schweiz.